Hey Freunde und willkommen zurück bei Saints Row 4. Ja, wir hatten eine kleine Pause, weil, oh man, das war so abwechslungsreich das Spiel und so. Du hattest also einfach keinen Bock drauf, ja? Richtig? Was? Quatsch, nein. Wer sagt das denn? Du warst auch nicht da. Was? Ich war die ganze Zeit da. Ich hab dir ständig geschrieben. Nein, nein, nein. Doch? Ja, ja, ja. Ja, guck mal. Hast du schon mal versucht mit Briefen oder sowas? Vielleicht hatte ich kein Internet. Ich hatte kein Internet, genau. Am Wochenende. Richtig. Ja, das hab ich mir auch gedacht, dass du kein Internet hättest. Ja, genau, genau, genau. Äh, weiß ich nicht. Du machst halt einfach den Skype nicht online. Ach, ja, Skype. Ach, das hab ich ganz vergessen. Eigentlich müsste ich mich mal mit deinem Clan die da in Verbindung setzen, damit er dich rausschmeißt, damit du wieder was leisten kannst hier. Nein, 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 nein. Was muss man machen? Interventionen müssen wir machen. Ach so, ja, genau. Von How I Met Your Mother kenn ich das. Ja. Fernsehen bildet. Na, da haben die auch eine Intervention gemacht gegen die ganzen Leute. Und so. Okay. Gut, ja, ähm, was machen wir jetzt hier? Ach ja, wir wollten jetzt... Weiß ich nicht. Wir wollten Holly weit schmeißen. ora, du dumme Kuh. Ja, was ist jetzt? Ich hab' vielleicht keine Munition mehr. Scheiße! Och oh. Und schon jagen uns wieder die Bullen. Siehste, wir haben nicht mal andere Menschen angeschossen, sondern uns. Du hast die Polizei angelaufen. Ach, stimmt. Ups. So, wo ist dieser Schnatz? Schnatz. Zack. Was ist er hier bei mir? Ha! Nein. Komm schon. Du willst mich weiter verprügeln. Du willst nicht, dass das Ende kommt, was? Du wirst mich dann vermissen. Ja. Nee, wir haben ja auch noch andere Geschichten vor. Ja, genau. Andere Geschichten. Ja. Ja, nicht nur für immer Saints Row bleiben. Nee, nee, nee. Es guckt ja auch fast kein Schwein mehr, deswegen ist wahrscheinlich Holly einfach die Lust daran vergangen. Och, nee, nee. De Wolf am Angass guckt ja auch kein Schwein. Was? De Wolf am Angass guckt ja auch kein Schwein, aber... Aber das ist abwechslungsreich, oder was? Oder beinhaltet mich nicht, oder was? Naja, sagen wir es mal so. Ähm. Ja, ja, ja. Es hat Frösche und Schweine. Ja, und? Kennst du der Wolf am Angass eigentlich? Ich habe Froschschenkel und eine Schweinenase. Ja, gut. Ja, ich habe mal kurz was gesehen, so Cell Shading. Cell Shading? Mist hast du gesagt? Mist habe ich gesagt, ja. Okay, okay, gut. Ich hasse Cell Shading. Der nächste Part kommt übrigens eine Woche oder zwei Wochen später. Komm her, komm her, komm zurück. Stell dich mir wie ein Mann. Du bist übrigens verdammt laut bei mir, fällt mir gerade auf, ey. Fällt dir gerade auf? Ja, aber so richtig. Ah, jetzt. Du übersteuerst und... Ja, da kann ja ich nichts dafür. Du übersteuerst und hinterziehst, steuern. Was? So, was? Hier geblieben. Was? Ja, ich weiß nicht was. Komm, lass uns weitermachen jetzt. Hallo. 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 Hey. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Hahaha, du hast auch die Idee gehabt. Ja, ich bin da rüber gesprungen. Was ist das denn hier? Ach, achso, Telekinese. 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 Ah, nein, ich weiß schon selber nicht mehr, wie das richtig heißt. Ihr verwirrt mich die ganze Zeit. So, aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich hebe erst mal Geld ab. Okay, mach das. Alles übernommen und Aufträge schlagen. Wieso haben wir denn hier so einen goldenen Kommando? Was? Weiß ich nicht. Der ist gar nicht weggelaufen. Was ist das denn? Wer ist weggelaufen? Also ich habe nichts gesehen. Triff dich mit Kiki auf dem Schiff. Komm schon, wir gehen gemeinsam hin. Das ist unser letzter Weg. Du bist doch Schlampe. Oh, der Insel. Ach da. Und jetzt. Gehen wir beide rein. Oh. Was ist das? Was? Was ist was? Als sie haben, als würdest du mit einer Blechdose schießen. Hä? Du schießt überhaupt nicht. Bei mir kommt... Was zum Teufel ist mit dir los? Holly! Ja, du schießt wieder mal mit dem Platzpatron. Und rein. Was? Alter! What? Keine Ahnung. So. Oho. Ich will dich hier alle verprügeln, verdammt. Okay. Gut. Wir sollen uns mit Kinsey treffen, nicht hier. Aber echt? Weiß ich nicht. Wow, was geht jetzt ab? Weiß ich nicht. Ups. Abbruch. Äh, mit Kinsey reden? Mit Kinsey auf dem Schiff. Äh... Okay, dann vielleicht doch das Ding hier. Ja, doch das Ding. Auf jeden Fall. Oh, bist du bereit? Oh, ich weine ein bisschen. Okay. Die letzte Mission, Freunde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitch, I wrote it. Bitch, I wrote it. But we need to remember, why we do, what we do. And today the stakes are even higher. Jawohl. Große Stakes. Oh yes, Stakes sind gut. Und nichts, was wir heute machen, ist going to change that. But one thing we can do, is get revenge. Rache. Und du musst besser glauben, wir zeigen diesen Motherfucker, Humanität ist tot, weil wir sind still alive. Äh, live. This isn't about hope, or faith, or even about winning. Or. Kinsey's right. Those things die in die Welt. This is about winning. This is what I'm saying, I don't give a shit how many times you knock me down. If I'm still breathing, I'm standing right back. You know what? You can hit as hard as you want, because when I hit back, I'm going to lay your ass out of the bitch. It's our time now. Get this shit. Leute, wir sehen es gerade nicht, aber wir kitzen uns gegenseitig. Jetzt hör auf. So, das ist ja nicht aufspiel. You're going to need three teams to help you defeat Zinyak. The first team will help you get the key into the mainframe. The second will help you overload the simulation. The final team will get you into the Zinn-Mothership so you can get to Zinyak. Fair enough. Alright, figure out who you want to help with the key and we can get you all loaded into the simulation. So. Ähm, so, was wollen wir jetzt machen? Diese Simulation hier, dieses Team wählen. Hä? Shandy and I won't let you down. You know that. You know, just because we aren't needed now, does it mean, that we won't get to help out later. Aha. Also, auf jeden Fall. Ich will dich Pierce und Shandy mitnehmen, weil die kennen wir ja noch aus dem dritten Teil. Ja. Ich möchte auch gerne Pierce mitnehmen. Ach, wähle dein Team. Hier haben wir noch. Ja, ich hab wieder rausgemacht, oder? Möchtest du jemand anderen wählen? Nee, ich will diesen Pierce und Shandy. Ich will die hier. Komm, Boss. Du musst uns wählen. Ja. Shandy und ich werden dich nicht unterbauen. Du kennst das. Weißt du, was ich glaube, dass das Ganze hier einfach nur dieses, ähm, also dieser Film ist. Weißt du, in Saints Row 3 am Ende spielt man doch auch hier so einen Film, einen Streifen, und ein Filmset und sowas. In Saints Row 3 am Ende ist doch alles Fake. Dass das Ganze hier auch einfach Fake ist. Okay. Das ist meine Vermutung. Das ist eine sehr schöne Vermutung. Ja, du willst sehen, du willst sehen. Ja, du willst sehen, du willst sehen. Ich glaube nicht. Tim. Oh. Nick. Nick. Hm. 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 Oh man, ich will auch solche Arme haben. Ja. Okay. Let's roll. Ich habe gar keine Waffe in der Hand. Jetzt plötzlich schon. Beschütze den Schlüssel. Alles klar. Okay. Okay. Bisschen größer der Schlüssel wohl. Äh, ja. Wenn man mit dem LKW fahren muss. Haben wir unendlich Munition? Ja, aber sowas von, guck. Was ist das für eine Waffe? Ja, es wird unendlich Munition. Und Eispower. Eisch. Müsste ich das? Müssen wir die töten? Oh, die schießen auf uns. Woop. Ähm. Noch haben wir keine... Doch, rechts. Feinde! Feinde! Oh, Feinde! Feinde! Yo. Okay. Polizei, auch Feinde. Weiß ich nicht. Überall sind Feinde. In der Luft, Feinde. Und alles sind meine. Okay. Für dich gibt es keine. Nur ganz billige Reime. Ganz billige Reime! So, was wie scheiße. Ja. Ach Gott, diese dramatische Musik. Die ist echt krass, Mann. Komm schon, das überleben wir. Kumpel. Ja. Lass mich zurück. Ich hab Shondi versprochen, dass ich dich lebend zurück zum Schiff hole. Also bring ich dich auch zurück zum Schiff. Ich liebe dich. Okay. Ich sage Shondi, ich liebe dich. Nein. Sag Shondi, ich liebe dich. Ja. Ich sag Shondi, du liebst mich. Ich habe ihn gesehen, du schütteln. Ich bin so ein Schiff. Ich habe ihn gesehen. Das ist nur... Wo ist Shondi? Verdammt, ich verstehe das Drehbuch nicht. Das ist, was ich sage. Du kommst hier, du gibst mir dir mal nach vorne. Ich gebe mir einen Schiff. Wer hat den Scheiß geschrieben? Was, vielleicht Wolf? Welcher Wolf denn? Der Wolf von der Wolf und mein Hass? Kam schon, ne? Ja, Rotkäppchen und so. Ja! Ich zeig dir gleich mein Rotkäppchen. So. No, bitte nicht. Nicht schon wieder. Warte, wo fliegt der hin? Oh, auf Boden ganz viele. Oh! Dann machst du doch tot. Ja, mach ich ja. Fuck! Ich treff die in der Luft immer nie. Ja, das ist echt schwer. Und voll die... Flieger. Asse. Oh mein Gott. Oh nein. Wir müssen unbedenkt eine kleine Pause machen. Was? Und dann muss ich die Audio-Stärke ein wenig bisschen leiser machen, weil jetzt wieder die Action abgeht. Oh, ich glaub 43 ist ganz okay. Jetzt geht's auch schon wieder weiter. Los, weiter, jawoll! Oh man, das war echt haarscharf. Scheiße! Oh man, sieh dir die Straße an. Die ist so... ...therig. Oh ja. Du triffst es einfach auf den Punkt. Ja. Du triffst das I-Töpfelchen. Ich weiß. Genau, das Töpfelchen vor allem. Du triffst den Hammer auf dem Meißel. Du triffst den... Ja, du weißt, wo der Wurm begraben liegt. Ja. Wo der Wurm die Locken hat oder so. Richtig. Was? Ahhhh. Ich hab mal einen Kumpel gehabt. Ja, der hat nur einen solchen... Mit dem hab ich auch Counter-Strike ge... Ja, aber nein. Der machte das unabsichtlich. Echt? Der hat tatsächlich... Hat er die ganzen Dinge immer durchgemischt und das war einfach nur zu gut. So, warte mal hier noch. Zang! Oh, das war die Laterne. Zang! Der Hahn dreht nicht weit vom Stamm. Boom! Ja. Oh, Mann. Wo der Apfel die Locken hat. Richtig. Ich kenn das Sprichwort gar nicht mit dem Locken. Wo der Frosch die Locken hat? Ah, das kenn ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Zeig dir gleich wo der Hammer hängt oder wo der Frosch die Locken hat oder wo der Hammer die Locken hat oder so. Wo hat der Hammer die Locken? Ich weiß nicht, im Kinn. Ich bin total bereit. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach so. Ach übrigens ist das episch hier. Huh! Woah! What the hell? What the hell? What the hell? Ich seh mich von innen. What the hell? Hey, der Schlüssel! Wo ist der? Ich hab ihn. Du hast ihn, sehr gut. Ja. Ich bring ihn zum Ziel. Oh, das Telefon klingelt. Ja, das ist gut. Ja, das ist egal. Okay, warte. So. Bring rein da. Bring rein. Die Schlüssel verteiligen. Warte, lassen wir ein paar rauskommen. Und zack! Oh yes! Oh, der Dicke geht nicht rein ins... Ach man, das ist immer so unterschiedlich laut. Das nervt grad voll. Kann ich nicht einfach eine Lautstärkestufe haben? So. Okay. So, warte. Äh... Ach, zack. F3. Okay. Und... Aber vielleicht nehm ich doch die lieber. Die Musik ist geil. Hör mal hin. Jetzt sie weg. Ach. Ja, ja. Das übertreibt er einfach nur noch völlig? Ja, das war der Mega-Pass. Scheiße! Ich habe sterben gerade. Ja, Panzermann. Ach so, ja, stimmt. Ich weiß nicht, woher der kommt oder warum der hier ist, aber ich habe einen Scheiß-Fucking-Panzer-Bitches. Und ich verprügel Straßennotten hier. Die laufen hier rum und ich greife sie an. Ich muss aber Panzern schicken. Ja. Wie immer also. Ja. Komm. Scheiß-Roboter muss doch jetzt irgendwie draufgehen. Ah. Jetzt ist er tot. Sterben sie bitte. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Piep, piep, piep. Was ist los? Oh, das Schild ist tot. Was? Nimm den Schlüssel. Oh. Du hast mich... Ach, du bist da drin. Oh. Mein Rohr hängt fest. Ja, super, ne? Ich schon wieder. Oh, Mann. Ich hole die Butter. Nimm den Schlüssel. Wir sind tot. Oh, nein. Sagt doch, dass du da drin bist. Oh, Mann. Ich bin der Panzer. Verteidige Sitt und den... Oh, nein. Warte. Ich will den Panzer haben. Kann man ihn wieder normal abstellen? Ja, kann man... Oh, nein. Wir haben keine Power. Wir haben keine Power. Was haben wir nicht? Keine Power. Gegen den Granaten hier. Ach so. Dann muss ich hier halt meine Lutschkanone einsetzen. Yeah, nice. Au. Gut angefahren. Ach, ich hab ja auch eine rufen. Moment. Hier. Das hier zum Beispiel. Oh, nein. Please do not rush me. Unless you would like the field on overloaded, and electrically to all. Wouldn't that be us all? Only all of you would end up dead, if it overloaded. Na, komm. Schieß da. Schieß da. Hier ist schon wieder so ein Rollo... Rollroboter. Oh, Mann. Ja, ja. Ich bin überfordert hier. Ein Rollroboter. Ein Rollroboter. Ach so, die Inführomatik. Oh. Einführomatik. Ja, die Einführomatik. Ach ja. Eigentlich könnten wir es uns leicht machen und immer nur die Portale zerstören. Genau. Oder hier Datensammlungen durchführen. Warte mal. Hier ist einer. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, und jetzt? Und jetzt? Jetzt betritt die Garage. Ich nehm den Schlüssel mit. Alles klar. Boo! Okay. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Kaputt? Nein. Boah. Krass. Boah. Was ist das denn? Das ist der Mega-Schlüssel. 3000. Okay. Ähm. Mach'n Stampfer auf die Schaltkreise. Oh. Auf welche Schaltkreise denn? Ähm. Hier sind irgendwelche... Ach, da! Genitalien in der Luft. Okay. Ha! Gitsa! Okay. Habe ich den jetzt aktiviert? Ja, ich hab' ihn aktiviert. Oh, das ist irgendwie cool. Die Musik ist auch sehr geil. Äh. Uu, uu. Ii, ah. Ah, aah. Verteidigenden Schlüssel. Okay. Alter Schwede, was sind das für Laser hier? Keine Ahnung, aber dahinten... What the fuuuck. Und was sind das für Portale? Ich schickt hier grad nichts. Was? Wir sind Portale und die müssen die aktivieren. Ja. Was? Ja, irgendwie. So. Ja, das sind halt diese Spawn-Punkte. Ja. Ja. so als hätte man irgendwas geplant und scheißt sich doch nur in die Hosen Oh ja, das bin ich Geh kaputt, du Mistding Warte, welche wollte ich haben? Ne, den Inflato Da ist mein Laserschwert Das dauert viel zu lange, bis man so einen Platzen hat lassen Ja Geh kaputt Verteidigen, ach, den Schlüssel verteidigen, okay A suppression field has shut down the power output The field must be removed So What the fuck Ich nehm rechte Seite, du linke Okay, machen wir das so Okay Oh, oh, fuck Oh, Unterdrückungsgeräte, Moment, Moment Was? Muss ich deine Seite mitmachen, damit ich hier nicht runterfall Ja, aber die Unterdrückungsgeräte Ach, die Unterdrückungsgeräte Die Unterdrückungsgeräte, ja, die vernachlässigst du immer Okay, warte, wo kann ich denn hier unterdrücken? Ja, hier drüben Zack Und jetzt erstmal schön unterdrücken Jetzt bist du wieder am Lenken hier Was ist denn da los mit dir? Ja, ich wollte jetzt einen Song machen mit Autotune Ah, 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 ah Lek' ich immer noch? Ja, wollt Oh, fuck Panzer Au Oh, ich hab'n Panzer Stirb Yes Ich bin in deinem Panzer Oh, okay Verstanden, diesmal Just saying Ach du Scheiße Und tschüss Einfach runterstoßen hier Okay Ähm Easy Alles easy Ich verteidige einfach von hier hinten Ja, mach das Ach, meine Güte Ach, da ist gar keiner drin im Panzer Ach so Sag das doch Kommst du jetzt gleich? Bin Panzer Okay, warte Es steigt aus und kommt zu dir Boah, wir sind schon gleich da Wir sind schon gleich da Okay Und Tschüss Fuck Wo sind die? Was? Wow, was ist jetzt bei mir los? Ach so Die Relais Siehst du den auch? Nein Da ist kommt ein Endboss Okay Ich bin überfordert, ey Boah, ich krieg gleich irgendwie Anfall Ist echt gerade ein bisschen viel Ja Wir sollen die Relais zerstören Ja, wie denn? Ja, einfach zerstören, Mann Einfach zerstören Okay Ah, Mist Bombs Komm schon, komm schon Okay, eins noch Okay Wird man nicht so kaufen sollen Na so Okay, Schlüssel verteidigen Bei mir hängt er fest Wohin fest? Hier, der Typ Hängt fest Ich hab keine Ahnung Hä? Ich hab hier nur Explosionen auf dem Bildschirm Bei mir hängt ein Typ fest Der ist im Arsch Ja Das trifft's auch, ja Fuck Wo ist oben? Was mein ich denn jetzt? Oh mein Gott Was tu ich hier? Ich hab ein Panzer runtergeschnuppelt Au Fuck Warte Kille Kille Kinesi Ja, ich hab schon So Ich werf mit Panzern Oh mein Gott, jetzt kommt hier noch ein Boss Nein Ja, genau, diesen Boss meint ich Ah Da drüben bist du Ich bin abgestürt Aber der Schlüssel wird eingeführt, keine Sorge Das sieht aus wie eine Metallrosette So Yeah That was a night Ausflug Nice Ausflug Night Ausflug Was? Alter What the fuck War das auch grad ein bisschen komisch bei dir? Ja Ein bisschen Was ist jetzt los? Wir haben's geschafft Ladet Bildschirm, ladet Bildschirm Das war nicht das Ende, hundertprozentig Ich schwöre Ich schwöre Ich schwöre Wahrscheinlich mehrfach ein Teil Ja Okay Wähle dein Team Ja gut Ja diesmal können wir Ja jetzt Einen Schnitt machen Genau Genau Nochmal schnell gerettet Brauchst gar nicht denken, dass das keiner mitbekommen hat Doch 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 doch, das werde ich schon irgendwie drehen Cool Dann sehen wir's im nächsten Part wieder Und vielleicht ist dann das große Finale da Ja Nie Hobby hofft nur noch aufs Finale Ne, ich mein Es kommt ja mal näher Wir können's einfach nicht Wir können's nicht umgehen Alles klar Also bis zum nächsten Mal, Freunde Bye bye Tschüss